Ja, die Lampen deuten im offenen Tempel hin scheinbar. Oder? Hier ist auch wieder so ein Ding. Was kann man damit machen? Wir werden es erfahren. Wenn nicht mal wieder aus der Kampfform rauskommt. Danke. Kann man da mit dem Stein irgendwas machen? Nö. Naja. Weiter schauen. Können wir mit dem großen Stein was machen? Scheinbar auch nicht. Oh, hier ist es ziemlich duster. Mal schauen, ob es hier noch heller wird. Deine Statue? Aber eins muss ich sagen. Die muss ich hier. Schön. Auch nicht schon wieder. Oh Gott. Ist ja nerviger als alles andere. Okay. Ah. Hier kommen wir also nach hier unten. Ich frag mich, was das damit aufzieht. Ich wette, das sind irgendwie nachher Portale, die man braucht. So, ich werde jetzt erstmal da längs. Ich werde mich jetzt erstmal hier weiter umgucken. Dass man zumindest schon mal so ein bisschen der Karte noch aufdeckt. Weil da geht's noch lang und dann geht's hier unten noch lang. Da unten ist auch nochmal ein Abschnitt, wo wir hier hinkommen. Okay. 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 Nichts da. Augen. Ja, das gefällt, ja. Ah, knarf. Ah, die Viecher nerven. Also hier kann man absolut nicht gegen anschwimmen. No chance und so. Dann werden wir uns das mal hier unten auch hinmachen. Hoffentlich finden wir noch irgendwo ein Speicherkristall, das wäre ziemlich praktisch. Autschen. Das war's, da sind wir gestorben. Ähm. Wo haben wir das letzte gespeichert? Natürlich hier. Ach nö. Das heißt jetzt, wo lang nochmal? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir werden uns jetzt hier erstmal weiter umgucken Das ist mir gerade ein bisschen zu unsicher da unten noch Vielleicht finden wir hier irgendwas brauchbares Ich hoffe es zumindest Okay Da geht's nur rüber, okay Dann gucken wir erstmal hier Na, ich will, dass was da unten ist Dann machen wir das eben mit dem Helm-Trick wieder Dauert zwar immer ein bisschen, es tut mir auch leid Aber da kann ich nichts für Okay, damit kann ich nichts groß machen Irgendwie ist der doch süß Ah, hier unten ist nur Ein Flenschen Ah, fast übersehen Verdammter Mist So Dann gucken wir mal Okay Dann werden wir jetzt mal ganz kurz nach da oben schwimmen Und dann werden wir in den großen Eingang reinschwimmen Ich hoffe da oben ist ein Speicherpunkt irgendwo Nein, nein, nein Schwertviecher Böse Schwertviecher Böse Okay Dann doch erst unten lang Da oben geht's nicht weiter Mal schauen, ob wir hier irgendwas kriegen Ne, die Vasen kann ich nicht aus der Wand reißen Ach ja Okay Okay Die Frage ist, ob es hier Überlebende gibt Richtig Ah, nicht mit mir Du Biest Wie groß ist denn die Stadt Na, sieht nicht sehr groß aus Die kann man mal erkunden Da schießt wieder irgendwas auf uns Na, tolle Wurst Was auch immer da auf uns geschossen hat Es kann um Aua Ecken schießen Ecken schießen Nicht gegen anschwimmen Das heißt, wir werden uns jetzt gleich mal auf dem Weg nach unten machen Das heißt, wir werden uns jetzt gleich mal auf uns geschossen Das heißt, wir werden uns jetzt gleich mal auf uns geschossen Und wir werden uns jetzt mal auf uns geschossen Und wir werden uns jetzt mal auf uns geschossen Und wir werden uns geschossen Vielen Dank.